ja ich hab ja auch schon Tiere auf Level 6, 3 und die anderen auf 1 vor meinen Haustier kämpfen, ich könnte jetzt quasi mit denen kämpfen guck, da-da, siehst du meine Tiere kämpfen, cool oder? Taa Slatsch ooooh oh scheiße ja, so sieht das aus Blümchen ja, ich hatte ja auch Erze, ne? kann ich ja schon 9 Kupfer verhütten ach ne, ich brauch ne Schmiede ach ne, wir sind ja gar nicht auf meinem Server moa wolltest du dir das was zuschicken, oder was? ja, es gibt so, so Ambosse die kann Ingi jetzt herstellen, dann kannst du den aufstellen, wo du bist cool das ist aber praktisch 10 Aufladungen und dann ja oh, Erz ich sag ja, wir sind auf den falschen Zerrungen aber hier, da sind hier Hordler die sind sogar böse ja und da sind wir was? Balboa und Elise hallo wo ist denn die Blume? Da ist ne Spinne ach, hier hinten, aha, fuck die haben ihm zugewunken na, Kleine noch könnt ihr mich nicht angreifen oh, das wär jetzt aber auch gemein, wahr? das wär, das wär die würden uns die ganze Zeit verfolgen ja das hab ich ja mit kleinen Hordeln auch mal gemacht so gemein ja und ich mag es und es war gut ach, guck mal hier, das ist eine fette Armee hier ja da, da, da da, da, da ich muss an die Macht so da, 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 da da ich werde geehrt oh na klar super oh, ein episches episches Battle mit einem Wolf lass uns spazieren gehen gehen ja, ja, mach mal gehen ja, gut, wir müssten eigentlich ein bisschen, man müsste ja Rollenspiel machen, ne? man, theoretisch so aber weil die ganze Zeit rennen, ich bin schon so außer Atem pfff oh, puh, hm mh, hm, hm sollen wir denen mal sagen, wo die Hordler sind? nö oh, komm mal, hier gibt's ein Gürtel Wer hat den doch schon gefunden da hinten? Achso. Oh, ich hab ein Gürtel. Mal gucken. Goldstaubgürtel. Oh, ich krieg ne neue Brust. Ja, wird doch mal Zeit. Deine alte, die ist, naja. Ja, wird doch der Richtige. Mit dem rosa Blues. Ja, ich werde bestimmt gleich... Guck mal, was ich hier krieg, ey. Voll die coolen Sachen. Kette. Ha, hier. Neurobe, haha. Oh, ein dämonisches Tor. Ich will's benutzen. Wo ist das andere aufgestellt, auch da hinten? Toll, kann ich das auch nicht benutzen? Das finde ich ja doof. Ach, ich bin ja nicht in der Gruppe mit dem. Ah, ha, ha. Ich muss einmal die Rüstung gucken. Ja, die wollte ich mir... Oh, jetzt ist der weg. Ach, nein, da hinten. Der hat T6, glaube ich, an. Das finde ich auch cool. T6. Wah, der ist ja noch voll boonig equippt. Da ist mein Hexer ja besser. Oh, hier ist ein Fluglehrer, na eben. Siehst du? Den hast du schon im Flugpunkt. Ach so, ja, stimmt. Sonst wäre da ein grünes Ausrufezeichen drüber. Grünes? Oh, die Portale, die sehen ja mal jetzt geil aus. Ist das ein Hexerportal, oder was? Ja. Ne, das, ähm, das Portal nicht. Ne, das ist so ein... Da springst du von dem einen Tor zum anderen. Das ist bei manchen Bossen ganz praktisch. Coole Sache. Oh, hast du... Ach, du hast ja jetzt eine neue Brust an, ne? Mhm. Mhm. Du kannst mich nur nicht mehr ärgern. Oh, ich habe mein Silberblatt verkauft. Nein. Zurück. So. So, haben wir Taschen leeren. Ich muss auch was verkaufen. Ach so, die Angel kann ich also auch verkaufen, ne? Ja. Hä? Hä? Habe ich den eingeladen? Den Hexer? Äh... Sieht so aus. Wie, wann das denn? Hä, wann das denn? Keine Ahnung. Jetzt kann ich das benutzen. Wuiiii. Kann ich das auch machen? Ja, natürlich. Cool. Ey, warte, wir machen das jetzt gleichzeitig. Ich bleib mal da stehen. Okay. Ach, wir müssen noch vier Sekunden warten. Moment. Bis der De-Buff weg ist. Aha. Ist deiner weg? Ja. Okay. Drei, zwei, eins... Bäm. 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 Ich hab das gar nicht gemerkt, dass ich den eingeladen hab. Blöd. Bäm. 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 Wahnsinn, was es hier alles so gibt jetzt. Ach, weh, oh weh. Bäm. 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 Ein Besuch beim Maxwell, aus Spähn der Yaspis Mina? Oh ne, das ist noch Level 10. Das ist doch n bisschen viel. Ach. Ich hab ja immer noch Reise-Zozu erwacht. Warum sagst du denn recht? Ich glaub' ich hab die auch noch dran. Jo. Ey, jetzt brauchen wir die nicht mehr. Also mach mal einen Besuch jetzt, ne. Kann ich wart', ich will mach nicht. Quatsch, das ist ja die andere. Oh, ich kann was herstellen. Eine Brust, aber die ist nicht mehr besser. Armschienen, die sind besser. Weinkleid, oh, die sind viel besser. Schmiedehammer. Ach, ich muss ja einen Schmiedehammer kaufen. Stimmt, ja. Du brauchst ja sowas. Wo, äh. Wohin, Schmiedehammer gibt's glaube ich hier bei dem hier, ne? Ich liefere nur feinste Waren. Ja, der hat einen Schmiedehammer. Obst du denn? Ist der denn Punktachter draußen? So, der doch Fiol, ja. Ein Schmiedehammer, da. Aber ne Spitzhacke brauch ich gar nicht mehr. Ach komm, ich mach uns paar Heltränke, wa? Hey, blub, blub. Blub, blub. Kupferkettenhosen. Und sexy. Kupferarmschienen. Sicher aus wie ein Fisch. Zu viele Schuppen. Ein Fischi. Kann ich noch was tolles? Rauer Gewichtstein. Balanciert eure stumpfe Waffe aus und erhöht so eine Stunde lang ihren Waffenschaden um zwei. Aha. Erstellen. So, kann ich noch was? Rauer Wetzstein. Benutzen. Schärft eure Klinge. Eine Stunde lang und erhöht den Waffenschaden um zwei. Cool. Voll imbar. Mhm. Ja, das war's dann auch schon. Oh, ich stell mir, glaub ich, die andere her. Die andere? Die ist irgendwie cooler. Brust. Die hat ja die gleichen Werte. Noch ne Brust. Hast du drei Bruste? Aber die sieht... Die sieht cooler aus. Pass auf. Zick. Oi. Mhh. 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 So voll wie so eine Amazona, weißt du? Die waren auch immer so. Mhh. 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 So, wann... Wann haben wir angefangen aufzunehmen? Mhh. 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 Halb... Halb irgendwas, halb zwölf. Halb... Halb zwölf. Okay, dann haben wir jetzt fast zwei Stunden. Oh, okay. 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 Mhh. Mhh. Wieso kann ich das denn jetzt nicht benutzen? Mhh. Ach, eine stumpfe Waffe. Oh. Jetzt hab ich das falsch hergestellt. Ich brauch eine für die Klinge, ne? Ja. Oh, Vanessa, ein bisschen mitdenken, ja? Jaaa. Mann, 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 ich stell sie ja an wie, wie ein Krieger. Hahaha. Ah, stumpf gegen Wand laufen, stumpf gegen Wand laufen. Hahaha. Hast du nicht ne stumpfe Waffe, aber du brauchst nicht Waffenschaden, oder? Naja. Aber doch, die Robe ist schon auf jeden Fall besser als das rosa Ding. Hämtchen. Grüße. War hier eigentlich auch ein Schmiedlehrer? Ne, ne? Ach, steh ich hier vor. Doch. Hier war doch, genau. Irgendwo war hier. Und 15. Was hab ich denn jetzt? Neun. 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 Ich muss mal eben... Ja, mach erstmal deine Steinchen. Was kann ich denn jetzt? Ein Kupferstreitkolben. Mhm. Super. Der macht 0,4 Schaden pro Sekunde mehr wie mein Schwert. Ah, dann könntest du immer deine stumpfen Steine da verwenden. Ja, die hab ich aber verkauft. Oh. Und ich hab jetzt neun für meine Klingen. Und außerdem hab ich keine Matz mehr für das, äh, für die Waffe, ne? Ach, was soll ich dazu sagen? Ja. Gar nix. Genau. Ist die Shopper eigentlich auch, äh, auf allen Accounts? Ja. Cool. Ja, das find ich geil. Genau, mein Drache. Das ist ja das Coole. Das ist schön. Mhm. So, lass uns mal dann jetzt hier so... Mir darf noch ein Hexer. Ein 34 Hexer. Bäh. Voll der Buhn, ey. Aber wir... Oh, ich kann noch eine Quest annehmen da drin. Seh ich grad. Ich dachte mal, hast du eine? Ach, hier, wa? Warte mal. Kann ich die teilen? Ja. Toll. Hehehehe. 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 Zeigt auf euch. Setzt euch doch. Ach Gott, das sind diese Rollenspieler jetzt, oder? Oh mein Gott. Oh Gott. Wo ist denn der? Wer war denn dieser Examinis? Keine Ahnung. Die haben mich alle im Target! Hehehehe. Hehehehe. Ich bin hier weg. Hehehehe. Die denken bestimmt, wir sind irgendwie eigentlich horde Spieler und spielen hier nur aus. Setzt euch doch. Hehehehe. 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 Oh man. Ach, das ist dann auch hier, oder was? Oh Gott. Ja. Schön. Was denn? Da hast du dir ja einen tollen Server ausgesucht. Ja. Hehehehe. 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 Ich weiß. Ich ignoriere einfach alles um mich herum. Hehehehe. Einfach nur laufen. Laufen, laufen, laufen. Guck mal, jetzt haben wir hier unten einen unter oben. Ausspähen der Jaspis. Oh, der aus Kräuter. Kräutene. Silberblatt. Ja. Ja. Wann musst du morgen arbeiten? Um halb drei. Hm. 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 Ganz großes Kino. Hm. Hm. Ja. Hehehehe. Hehehehe. Ich freu mir. Hehehehe. Freust du dir. Genau. Muss ich dann bis Donnerstag durcharbeiten. Dann hab ich fünf Tage frei. Okay. Schönen guten Tag. Schönen Tag auch. Tschüss. 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 Ey, hier waren wir damals immer so ein Schwein. Genau, Anni, der Bär da hinten. Der hat mich immer damals angegriffen, die Sau. Wenn ich die Quester gegeben hab. Komm, komm. Dafür töten wir den jetzt. Einfach aus dem Konzip. Ich geh da gleich irgendwie voll in Enrage. Moment. Ich muss mal eben das Eichhörnchen lieben. Pff. So. Pff. 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 Oh, ein Weinhändler. Sollen wir uns besaufen? Pff. Pff. Ne, ich bin pleite. Pff. 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 Was müssen wir machen? Ach hier, Leber. Lieb... Ach ne, Liebende. Ach so. Ich hab Leber gelesen. Okay. Da hinten. Junge Liebende. Ja. Junge Leber. Pff. Bei mir leuchtet schon wieder. Tut mir leid, echt. Ich muss Kräuter sammeln. Oh, da ist ein Erz. Ja. Pff. Pff. Erzi, Erzi. Erz. Pff. 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 Oh nein, ich hab da was am... Pff. 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 Ist aber schuld, ich muss Erze suchen. Pff. Du bist so gemein. Du machst das schon. Pff. Pff. Das kann ich dir helfen. Pff. Toll, wirst du? Ja. Okay, genau. Klick erstmal voll ins Leere. Ähm. Ja. Oh, ein Level 9er. Ach komm, den kriegen wir oder? Ja du hast den eh schon War der grad gestunt durch dich? Ja durch den Sturm. Achso, ja klar durch den Sturm. Oh du wirst es aber wissen jetzt oder? Der hat das von alleine gemacht. Siegesrausch! Die Kumus leiden. Ach Quatsch. Genau, knutsch erstmal die Kuh. Ich weiß nicht ob die dazu gehört aber... Oh hier gibt's Quest. Die hat voll das dicke Euter. Ah genau die meine ich hier und die hat die Goldzahn-Quest.